Seid gegrüßt, mein sehr geehrtes Fußvolk. Heute gibt es ein neues Reaction-Video und zwar ist gerade eben das Video rausgekommen, ABK vs. Unge Freundschaft zerbricht von Herrn Newstime. Und bevor ich jetzt so eine elendig lange Reaction hochlade, wo ich auf irgendwie Unge reagiere, auf ABK reagiere oder sonst irgendwas, wo ich mich eigentlich gar nicht großartig dazu äußern möchte, gucke ich lieber was an, wo es um das ganze Thema geht, wo man einfach mal kurz noch ein bisschen reflektierter darüber sprechen kann und wir schauen uns das einfach mal an, was Herr Newstime dazu sagt, wie er das berichtet, ob das jetzt News sind oder eher Meinung ist, ja. Mal schauen. So, moin moin, die Ereignisse überschlagen sich. Es gibt zurzeit eine Auseinandersetzung zwischen dem YouTuber ABK und Simon Unge. Wir werden dieses Video unterteilen in zwei Parts und zwar im ersten Part werde ich darauf eingehen, was alles jetzt passiert ist und im zweiten Part werde ich nochmal selber was dazu sagen. Zu dieser Auseinandersetzung gibt es... Also halber Meinungsblock sozusagen. Mal schauen. Natürlich auch schon eine Resonanz der Community. Die Community insgesamt, also die ABK Army oder auch die Unge Army, wenn man so möchte, die Communities, die finden es unterm Strich wirklich schade, dass diese Freundschaft so zerbrochen ist. Und ich glaube, so wie es auch mir bei dieser Auseinandersetzung geht, so geht es auch vielen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich kenne ABK und Unge halt als außenstehende Person im Wesentlichen so und beide finde ich auf ihre eigene Art und Weise auch sympathisch. Ich teile nicht alles, was ABK sagt. Ich teile auch nicht alles, was Unge sagt. Aber die Freundschaft der beiden hat mir als Zuschauer im Wesentlichen auch gut gefallen und auch als YouTube-Kunde. So auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich fand, die beiden haben aufgrund dessen, weil die gerade in der Öffentlichkeit ziemlich unterschiedlich sind, haben die überkrass harmonisiert. Also ich fand die richtig, richtig gut zusammen. Auch als ABK damals mit diesem Kuh-Kostüm bei Unge wart. Wirklich ohne Scheiß. Es war eine richtig geile Sache, war eine richtig geile Aktion. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es jetzt gerade eben relativ schlecht aussieht, jetzt um die Freundschaft, dass es da schlecht steht. Ob das jemals wieder so wird, keine Ahnung. Irgendwie hat mich das so ein bisschen erinnert an mich und KuchenTV, als wir aufgrund von so einer Lappalie den Streit hatten, wo ich mich auch gar nicht in Schutz nehmen möchte, weil ich absolut überreagiert habe, definitiv. Und dementsprechend muss ich sagen, mir kommt es so vor, als würde das in dem Fall genauso sein, nur halt, dass es einfach noch härter, ich sag mal so, dass die beiden das noch härter sehen. Ja, wir haben das dann später, haben wir dann gesagt, ey, weißt du was, Scheiß drauf, das ist doch jetzt sinnlos, sich darüber aufzuregen. Das waren jetzt, das war halt mal ein paar doofe Worte in einem Livestream. Ich habe überreagiert und fertig ist jetzt. Ja, man hatte sich mal ein bisschen aufgeregt, man hat sich ein bisschen ausgetauscht. Aber letztendlich konnte man sich dann trotzdem wieder treffen und sich in die Augen schauen und dann was zusammen trinken und alles war gut. Wirklich, es war ja auch alles gut. Wirklich, wir hatten trotzdem eine geile Zeit, so als ich dann in Braunschweig war bei dem Meinungsblogger Treff. War wirklich, wirklich nice. Kann man einfach nur so sagen. Dementsprechend gibt es da kein böses Blut zwischen KuchenTV und mir und ich hoffe, dass es bei ABK und Unge genauso sein wird, dass sie sich nochmal aussprechen, dass sie da nochmal was sagen, weil nach einem Gespräch mit Tim hatte ich dann auch keine Probleme mehr. So, dann war es das. Ja, klar, man ist jetzt vielleicht nicht Best Friends oder man sieht sich jetzt nicht als beste Freunde oder so, dass man jetzt immer was zusammen machen würde. Aber man ist halt, wir sind halt YouTube-Kollegen, die sich jetzt aber nicht schlecht miteinander verstehen. Ich meine, KuchenTV, also Tim hat mich gestern, heute ist der 12.11., ich hoffe mal, das Video kommt heute online. Es wird eh wieder gelb eingestuft. Muss ich überhaupt mal schauen, ob es online kommt. Und der hat mich zum Beispiel gestern geradet, ja, auf Twitch, was mich auch sehr gefreut hat, ne. Also bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und, ja, ich finde, so soll es laufen. So, dann gibt es halt mal ein, zwei Wochen gibt es halt mal Beef, ja. Da hasst man sich so gegenseitig, weißt du, wie ich meine. Und dann sagt man auch, Alter, kein Bock mehr auf die Person. Und dann danach ist das Ding abgehakt und man schüttelt sich die Hände und fertig ist. Und, ja, also, keine Ahnung. Das finde ich ein bisschen schade, dass es jetzt gerade eben so extrem hart aufgefasst wird hier. Kollege. So, was ist passiert? ABK und Unge kannten sich im Wesentlichen auch nur durch das Internet. Unge hat ABK auf die Insel nach Madeira eingeladen. Beide haben sich getroffen, beide haben sich verstanden, beide haben auch zusammen Videos gemacht. Beide haben viel zusammen privat auch unternommen. Nun allerdings ist der Kontakt zwischen ABK und Unge immer wieder, immer mehr zurückgegangen. Dann hat es ein Gespräch zwischen KuchenTV und Unge gegeben. Bei dem Interviewformat von KuchenTV hat sich Unge aus Sicht von ABK ihm gegenüber abwertend geäußert. Hierzu muss man allerdings auch wissen, dass ABK und KuchenTV auch in einer aktuellen Auseinandersetzung zueinander stehen. Die Situation ist immer weiter hochgekocht. Zuvor hat Unge, ABK, seinen Playbutton, also den Playbutton von ABK für 7000 Euro abgekauft. ABK hat den Playbutton ihm nicht geschickt. Daraus wurde dann irgendwie eine Streitfrage. ABK wiederum hat dann gesagt, er hatte großes Vor quasi mit der Übergabe des Playbuttons. Unge sagt, ja, es ist nie was passiert. Ich glaube, es geht gar nicht. In diesem ganzen Streit ging es eigentlich gar nicht großartig um diesen Playbutton. Das hat dann Unge zum Schluss nochmal irgendwie aufgegriffen und so mit dem Playbutton. Aber ich denke, es geht halt hierbei darum, dass aus einer Kritik in der Öffentlichkeit, dass daraus was Persönliches rausgenommen wurde. Also, dass zum Beispiel in Unge halt mit KuchenTV über ABK gesprochen hat. ABK fand das als Lästerei, fand das als unloyal, hat sich da angegriffen gefühlt. Ich kann auch irgendwo ABK da verstehen. Ich kann auch Unge irgendwo verstehen. Also, das sind halt so zwei Seiten, wo man sagt, ey, wir können beide Seiten irgendwo verstehen. Aber es ist halt so schade, dass dann beides auseinanderbricht, obwohl beide irgendwo ihre Fehler gemacht haben. Das ist dann halt sehr schade. Man kann natürlich auch verstehen, dann spricht halt Unge mit KuchenTV, der ja definitiv kein Freund von ABK ist, der da kritische Fragen und so stellt. Und dann blauert er irgendwas aus, was halt ABK nicht ganz so passt. Da kann ich halt natürlich auch verstehen, dass ABK angepisst ist. Dass dann aber so eine Schlammschlacht passiert, ist halt einfach schade. Ich würde jetzt hier niemandem da sagen, ey, du bist schlimmer als der und was weiß ich. Ja, Beleidigungen mag ich auch nicht und so weiter. Aber ich denke, auf beiden Seiten wurden hier einfach Fehler gemacht. Ich finde, Unge hätte einfach bei dem ABK-Thema, bei KuchenTV einfach schweigen sollen oder sagen sollen, ey, ich möchte nichts dazu sagen. Das mache ich mal in einer Reaction oder so. Aber ich möchte mich jetzt nicht dazu nochmal äußern. Das wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Da wäre es gar nicht erst so zustande gekommen. Also, da gab es halt aus Kleinigkeiten, ist eine wirkliche Streitfrage entstanden. ABK hat dann sogar im Video selber 7.000 Euro Unge wieder zurück überwiesen. Und Unge hat dann in seinem Antwortvideo gesagt, er hätte, die 7.000 Euro sind ihm relativ egal. Es ging ihm ums Prinzip, so er könnte sich ohne jetzt vermessen oder überheblich zu klingen, er könnte sich tausend solcher Playbuttons kaufen. Also, da seht ihr, die Situation spitzt sich weiter zu. Wir haben jetzt gerade das letzte Video von ABK. Es hieß, Unge hat mich verkauft. Ich finde das hinterhältig, sorry, in Klammern meine Meinung. Daraufhin hat Unge nur Stunden später geantwortet mit einem eigenen One-Take-Video mit dem Titel ABK. Warum machst du diese? Ich finde das Hinto. Es ist genug, Safi. Im Vorfeld hat ABK versucht, seine ABK-Army, seine Zuschauer zu mobilisieren. Er hat auf Insta folgendes geschrieben. Start. Die ABK-Army wird jetzt gefiltert. Verräter werden ausgemistet. Es bleiben nur die Loyalen. Und dann hat er weiter geschrieben. ABK-Army, seid ihr bereit für den Krieg? Will nur noch stramme Soldaten sehen. Der Rest zur Seite. Und dann schrieb er weiter. Also so sehr ich ABK mag, muss ich jetzt an der Stelle auch sagen, es ist schon unangenehm eigentlich. So dieses, ey, ich will nur noch die Loyalen hier sehen, die strammsten sehen und so. Aber das Problem ist halt bei sowas, dass es keinen Meinungsaustausch einfach mehr gibt. Was das angeht, das finde ich dann so ein bisschen kritisch und auch sehr schade. Weil sobald ABK was sagt, müssen diese Soldaten sozusagen immer hinter ihm stehen. Und wenn jetzt ABK irgendeine sehr verwerfliche Sache machen würde, ja, die er vielleicht gar nicht selber mitbekommen hat, dann würde einfach die ABK-Army sagen, ja, das ist so, das stimmt so, was ABK sagt. Ne, und das sehe ich halt als wirklich sehr kritisch an. Die adaptieren dann sozusagen die Meinung, obwohl es vielleicht mal falsch sein könnte oder auch falsch ist. Und ja, nee, das finde ich auch absolut unangenehm. So, weil wir sind ja nicht in einer Diktatur oder sonst irgendwas. Aber hier so, ja, also ihr seid meine Soldaten und ihr habt mir zu folgen und so. Nee, feiere ich auch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan von. Okay, Army, ihr müsst euch kurz gedulden. Gleich ist es soweit. Ich treffe eben noch einige Vorbereitungen. Und dann kam halt das Video von ABK gegen Unge. Unge hat dann in seinem Antwortvideo davon gesprochen, dass er ABK wirklich ins Herz geschlossen hätte. Allerdings, dass er sich verraten gefühlt hat, weil ABK private Nachrichten, also private WhatsApp-Nachrichten, private WhatsApp-Sprachmemos in seinem Video veröffentlicht hatte. Und dass Unge jetzt daraus die Konsequenz sieht und keine neuen Freundschaften mehr aufbauen möchte. Hier sind einfach Dinge passiert, die überhaupt nicht klar gehen. Und was allerdings das Traurigste ist, ist einfach, dass diese Freundschaft zerstört ist. Und jetzt gerade gehen halt die... Safe, zumal auch die Videos, die die beiden immer mal gemacht haben. Als Unge hat er immer auf die Videos reagiert von ABK. Der ABK hat immer mal Videos zu Unge gemacht, die waren echt sehr unterhaltsam. Ja, ich bedauere das auch auf jeden Fall. ...dislikes hin und her bei den Videos. Ich meine, solange man noch disliken kann, soll man ruhig nur disliken. Aber momentan geht es halt noch gut ab. Im Wesentlichen gibt es keine großen Shitstorms oder so, was man glauben könnte bei diesen Videos. Im Wesentlichen sind die Leute traurig, dass das Ganze ein Ende hat. Dass diese Freundschaft vorbei ist. So, das ist halt das meiste, was du jetzt an Kommentaren quasi kriegst. Die Freundschaft, die wurde halt wirklich gefeiert von den Leuten. Und die Leute sehen jetzt, dass diese Freundschaft zerbröckelt ist. Dass diese Freundschaft kaputt gegangen ist. Und das macht sie alle traurig. Und dann kommen natürlich auch noch die Videos dazu. Im letzten Segment von dem ABK-Video. Das war auch eine sehr, sehr traurige Passage, die ABK da veröffentlicht hatte. Das hat dann auch mich als Zuschauer dann auch ziemlich nachdenklich zurückgelassen schlussendlich. Und man hatte jetzt... Also der hat bei dem Ende, für die Leute, die das nicht wissen, er hat zum Schluss gesagt, dass er in letzter Zeit eh viel mit Verlusten umgehen musste. Also der hat das nochmal so weisgegeben. Ja, jetzt habe ich wieder einen Freund verloren, sozusagen, von dem ich viel gehalten habe. Und was weiß ich. Ja, weil er ja auch... Das wurde ja auch irgendwie in diesen Videos unter anderem mitgezeigt. Er hatte sein... Ne, das sage ich jetzt nicht wen. Aber es ist was Schlimmes passiert bei ABK. Da hat er jemanden verloren. Und ja, bei... Jetzt hat er Unge verloren, so als Freund und so. Ich weiß nicht, ob es da noch mehrere gibt, die er jetzt vielleicht als Freund oder so verloren hat. Oder wo er sagt, ey, unloyal und keine Ahnung. Aber ja, da ist schon einiges passiert. Und ja, war auf jeden Fall schon ziemlich traurig. Ja, also definitiv. Ich finde es auf beiden Seiten einfach sehr schade. So, ich finde es... Ich kann irgendwo beide zum Teil verstehen, aber ich kann auch beide zum Teil halt einfach nicht verstehen. Und es wäre halt einfach das Geilste. Also, ich muss auch an der Stelle sagen, ich kann ein bisschen mehr Unge verstehen in der ganzen Situation. Zumindest er handelt da erwachsener, finde ich, als ABK. Wenn er dann irgendwas mit ABK-Soldaten und sowas sagt, das finde ich halt nicht so nice. Weil, wie gesagt, ich verstehe mich mit ABK gut. Ich persönlich bin auch so einer, wenn ich mit jemand cool bin, da würde ich jetzt auch zum Beispiel... Und deswegen kann ich auch ABK irgendwo verstehen. Ich würde jetzt auch nicht zu jemand anderes hingehen, in ein Interview und dann über den, mit dem ich eigentlich cool bin, dann irgendwie negativ reden oder so. Ich würde, denke ich, einfach sagen hier, nee, auch wenn vielleicht die Person kritische Sachen gemacht hat, würde ich einfach sagen, nee, ey, ich enthalte mich der ganzen Sache. Ich will damit eigentlich gar nichts weiter zu tun haben und das kann man privat klären, aber jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit, weil ich habe keinen Bock, da noch Beef zu provozieren oder so. Und das finde ich dann einfach schade, auch von Unge natürlich, dass er das bei diesem Kaffee und Kuchen gemacht hat. Aber wie gesagt, aus Fehlern lernt man, jetzt ist es einfach zu spät und ich finde es einfach so, der Umgang, wie damit umgegangen wird, das finde ich halt gerade sehr schade, weil dadurch halt wirklich die Freundschaft zerbricht. Das ist echt sehr, sehr traurig. Auch nicht das Gefühl, dass das von irgendeiner Seite gestellt ist, so. Es sind halt andere Grundlagen gewesen, andere Nenner gewesen, so. Unge hatte seine Position, ABK hat seine Position. ABK hat, meine ich, ein authentisches Video gemacht. Unge hat, meine ich, ein authentisches Video gemacht. Beide haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Kommunikativ eine absolute Katastrophe, was hier passiert ist. Und die Sache, wir haben es jetzt im Wesentlichen auch gar nicht mit objektiven Fakten zu tun. Wir haben es jetzt mit subjektiven Gefühlen zu tun. So ist es, so ist es. Ganz genau. Das, was Herr Nüster mir jetzt gerade sagt, ist schon zu 100%. Es ist subjektiv. Und genau das ist die Sache, die auch bei KuchenTV und mir so war. KuchenTV hat ziemlich hart formuliert, dass er mein Video scheiße fand damals. Und ich habe auch so reagiert, so übel subjektiv, so übel emotional. Und genau das gleiche ist gerade bei ABK und bei Unge passiert. Unge hat in diesem Kaffee und Kuchen hat er ABK kritisiert. Und ABK hat das auch nicht gepasst, weil er sehr emotional darauf reagiert hat. So, und das ist einfach das Problem. Das ist subjektiv. Jetzt kann niemand sagen, nee, objektiv gesehen Quatsch und so. Nein, es ist eine subjektive Sache. Deswegen gibt es hier gerade auch nicht wirklich ein richtig und falsch. Es ist einfach nur schade. Und es ist traurig. Darum geht es in dieser Auseinandersetzung im Wesentlichen. Man fühlt sich verraten auf beiden Seiten so. ABK hat das Gefühl, dass Unge ihn verraten hat durch dieses Interview mit KuchenTV. Und auf der anderen Seite hat Unge das Gefühl, dass ABK ihn verraten hat durch das Veröffentlichen dieser WhatsApp-Nachrichten. Das eine hat einfach zum anderen geführt, ohne das eine mit dem anderen nun rechtfertigen zu wollen. Und das mit dieser ABK-Ami, das muss man nicht ernster nehmen, als es unbedingt erforderlich ist. Also, die sind ja eigentlich auch ganz nett. Ich kann da aus meiner, aus meinem Nähkästchen auch noch eine kleine Anekdote raushauen. Das war mit MrTrashpack auf der Gamescom. Damals gab es auch eine Auseinandersetzung zwischen ABK und MrTrashpack. Also ABK hat Videos gegen, oder hat ein Video gegen MrTrashpack gemacht, hat ihn als Hinto bezeichnet. Und, stimmt, und MrTrashpack hat sich dann so abgefuckt über das Wort Hinto. Und dann hat ABK gerade gesagt, hey, richtiger Hinto. Das ist so geil, ohne Scheiß. Weil ich ja MrTrashpack, ich bin jetzt nicht der größte Freund von MrTrashpack. Ich finde ihn ziemlich cringe. Ich persönlich, das ist meine subjektive Wahrnehmung, ich finde ihn ziemlich cringe. Und deswegen, ich fand es schon relativ lustig. Aber ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ganze so vonstatten ging. Und dann waren MrTrashpack und ich auf der Gamescom, der war ein bisschen weiter weg. Und dann kamen halt, ich sag mal, ein paar Leute von der ABK-Army auf mich zu, die mich für MrTrashpack gehalten haben. Und haben dann gefragt, du bist du MrTrashpack? Und dann hab ich gesagt, nee, nee, der steht da ein bisschen weiter. Da hab ich dann auf MrTrashpack gezeigt. Und dann haben die, okay, dankeschön. Und dann sind die dorthin und haben dann MrTrashpack genervt. Aber das war auch schön. Es war halt irgendwie auch witzig. Es war halt, und haben ihn halt so... Ey, geht mal rüber zu MrTrashpack, ja. Da drüben steht er. Den könnt ihr da schön abfacken. Am besten die ganze Gamescom lang. Oh Mann, Alter. Aber Leute, nehmt bitte irgendwelche Beefs nicht so ernst. Alter, dass die dann nach der Gamescom, wo man real life, wo man sich in real life trifft, wo die ganzen Personen, ne. Dass, dass du auf YouTube bist, bist du oftmals halt nicht im genauen privaten Leben. Und du gehst halt dort als Privatperson im Prinzip hin. Natürlich auch als Kunstperson. Aber wenn du dann noch konfrontiert wirst von, von echten Leuten, die dir dann sagen, also wirklich, also bei diesem Beef, also bist du schon ein ziemlicher Hinto. Oder, äh, also, oder wenn jetzt ABK da sein würde. Also ABK, ich finde jetzt deine Videos aber nicht so gut. Oh, das ist so cringe. So, Alter, wir wollen uns doch da einfach bloß treffen. Einfach, einfach die Community treffen. Was weiß ich, ein bisschen schnacken, ein bisschen austauschen. Leute, ey, es gibt wirklich solche Cringe-Personen. Das ist Wahnsinn. Ein bisschen Hinto. Es war, ja, Herrgott, nochmal. Und vielleicht nochmal zu, nur weil die eine Freundschaft zerbrochen ist, auch wenn es noch so hart ist, muss man nicht grundsätzlich sagen, man verzichtet auf neue Freundschaften. So, natürlich macht das Sinn. Natürlich ist es schön, wenn man seinen Freundeskreis erhält, wenn man die Leute, die einem nahestehen, quasi, wenn man dafür sorgt, dass die einem auch in jeglicher Hinsicht erhalten bleiben. So, das ist traumhaft. Und wenn dann mal neue Leute dazu kommen, wo die Chemie passt, wo man mit den Leuten klarkommt, ist das auch super. So, also, nur weil die eine Freundschaft, auch wenn es noch so hart ist, zerbrochen ist, braucht man sich nicht neuen Freundschaften grundsätzlich zu verschließen. Ja, ja, Unge hatte gemeint, dass er jetzt keinem mehr vertrauen kann, der kann jetzt keinen neuen Freund oder so vertrauen und so und Freundschaften aufbauen, geht für ihn gerade nicht, weil er jetzt so getroffen ist von ABK und was weiß ich. Aber als ob, damit versaut man sich doch selber so ein bisschen das Leben einfach. So, ich meine, ja, da gibt es Leute, die können dein Vertrauen brechen, gar keine Frage, das gibt es immer und überall. Es gibt auch Beziehungen, ja, wo das Vertrauen gebrochen wird. Ne, das gibt es überall, kann dein Vertrauen gebrochen werden, auch von Arbeitskollegen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man, also, das wäre ja dumm, dann einfach zu sagen, ne, also, Freundschaft kommt für mich gar nicht mehr in Frage, ne, mit irgendjemandem noch befreundet zu sein, weil der, der Typ hat mein Vertrauen missbraucht. So, das bedeutet ja nicht, dass jeder andere Freund das ebenfalls machen würde. Gibt sich dann schlussendlich so. Aber ich glaube, das ist jetzt dann auch eher eine Aussage, die er auch im Eifer des Gefechts getroffen hat. Ja, das kann schon sein. Vielleicht, wenn er da ein, zwei Nächte drüber schläft, drüber nachdenkt, dann wird er das vielleicht zumindest auch ein bisschen anders sehen, weil das, man muss da auch dann nicht komplett abgeschottet leben, sag ich jetzt mal. So viel gehen. Das stimmt. Also, ich muss sagen, ich finde das Video tatsächlich von Herrn Newstime, auch wenn seine Position zu Karl echt sehr, sehr stark ist, aber ich muss sagen, es war ein gutes Video. Ich kann es komplett nachvollziehen, wie er hier argumentiert. Auch das ja nicht total Partei ergreift, ja. Ich finde es interessant, dass es eigentlich jetzt ein relativ sachliches Video war und, beziehungsweise objektiv, und beide Seiten auch so ein bisschen aufgezeigt hat. Und ja, ne, fand ich gut. Und ja, gönnt euch das Video. Link ist in der Beschreibung. Kuss geht raus und ciao.